Willkommen daheim, Kind. Was liegt an? Ein weiterer wurde zur Ruhe gelegt. Dann scheint es, euer Werk ist beinahe vollbracht und euer Rang wiederhergestellt. Eine Frage, Meister, wenn ihr erlaubt. Fragt und ich werde antworten. Warum diese Männer, Jubaïr und Siebrand? Ah, seht ihr es denn nicht? Sie ebnen den Weg für Veränderungen. Sorgen dafür, dass sich alte und neue Bedrohungen nicht einmische. Sie zu schwächen heißt, unseren Feind zu schwächen. Ich schätze, das ergibt einen Sinn. Würden diese Männer ihre Arbeit fortsetzen, wäre unsere Arbeit bald zunichte gemacht. Wie das? Wir haben ihnen großen Schaden zugefügt. Wir schlagen Arme ab, ja. Aber wir haben es mit einer Hydra zu tun. Und die kann abgetrennte Glieder schnell ersetzen. Wir sollten ihr den Kopf abschlagen, um es zu enden. Bald. Bald. Wir kommen der Sache näher. Nur ein Mann steht noch zwischen uns und dem endgültigen Sieg. Dann gehe ich ans Werk. Je eher dieser Letzte erledigt ist, desto eher treffe ich unseren eigentlichen Feind. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage an euch. Natürlich. Was ist die Wahrheit? Wir glauben an uns selbst. Wir sehen die Welt, wie sie wirklich ist. Und hoffen, dass es eines Tages alle Menschen erkennen werden. Und was ist die Welt? Eine Illusion. Wir können uns hier hingeben, wie die meisten, oder sie hinter uns lassen. Was heißt hinter uns lassen? Zu erkennen, dass nichts war und alles erlaubt ist. Dass kein Gott Gesetze diktiert, sondern der Verstand. Jetzt begreife ich, dass unser Credo uns nicht anleitet, frei zu sein. Es heißt, uns weise zu sein. Seht ihr nun, warum die Tempel eine Bedrohung darstellen? Während wir die Illusion zerstreuen, benutzen die sie, um zu herrschen. Ja. Um die Welt so neu zu formen, wie es ihnen passt. Deshalb entsandte ich euch, um den Schatz zu stehlen. Deshalb halte ich ihn unter Verschluss. Deshalb müsst ihr sie töten. Solange auch nur einer überlebt, überlebt auch ihre Idee von einer neuen Welt. Nehmt eure Ausrüstung. Sucht den letzten Mann. Nach seinem Tod wird Robert de Sable zumindest verwundbar sein. Es wird geschehen. Friede sei mit dir, alter Irr. Ohohoho. Noch einer bis Robert de Sable. Ohohoho. Kurs-Strake-Meister. Schaden. Hm. Ach, weißt du was? Ich glaube, die Patte sollte nicht volllaufen. Von daher... ...mache ich doch noch die letzte Mission. Oder? Ach, komm. Auf nach Akon. Ladebildschirm, 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 Ladebildschirm. Ladebildschirm. Mit Epic-Mikrofon. Kurz Reisband. Ja, komm. So lange musst du jetzt auch wieder nicht laden. Da sind wir, Miro. In Akon. Seid gegrüßt, alter Irr. Was gibt's? Al-Mualem nannte einen weiteren Mann. Dieser lautet Siebrand. Ich kenne den Mann. Er ist der neue Magister des deutschen Ordens, residiert im venezianischen Viertel und ist der Hafenmeister von Akon. Ich gehe sofort ans Werk. Ihr solltet euch auf die folgenden Orte konzentrieren. Die Docks im Osten zwischen den Schiffen und Mannschaften. Die Kapelle im Nordosten bei der Kreuzung, die den Hafen überblickt. Und der Nord vor dem Johannestor. Das ist sehr hilfreich. Vielen Dank für euren Rat. Alter, ihr? Ja, Afik. Ich muss mich wohl entschuldigen. Wofür? Dass ich euch nicht gänzlich vertraut habe. Nein, es war mein Fehler. Ich stellte mich über unser Credo. Ihr schuldet mir nichts. Wie ihr wünscht, mein Vater. Geht ihn frei. Okay, Alter, hier hat Einsicht. Das ist gut. Ach. Karte. Wir müssen hier lang, glaube ich zumindest. Ja. Genau, Diebe gehören gehängt. Das Einzige, was ich hier höre. Super. Ist das da oben ein Templer gewesen? Nee. Das ist ein ganz normaler Typ. Achso, äh, da oben. Hi. Äh, komm ich hier irgendwo hoch? Eventuell. Vielleicht. Ja. Ich kette doch nur ein bisschen... Ja, mhm, mhm. Ach, Leute. Und, äh... Nein. Oh. Schlau. Äh. What the hell? Ich glaube, ich glitsche gerade ein bisschen... So. Äh. Ein Templer oder ein normaler? Na, komm schon. Wow, was war das? Okay, es war ein normaler. Na, komm. So. Jetzt irgendwo einen Hochweg suchen. Kommen wir hier überhaupt irgendwo hoch? Das ist ja irgendwie deprimierend. Dann hängen wir erstmal den Boden. Das ist kein Problem. Ach, wo kommt man denn hier hoch? Das war der einzige Weg, oder? Na gut. Haben wir uns doch noch dran gepackt. Klettern. Da oben wird wahrscheinlich auch jemand sein, oder? Ja. Das war... Zu erwarten. Ach, Mann. Ein gekämpftes, ein erkämpftes sogar, synchronisieren. Jetzt würde ich noch gekämpft, diese synchronisieren, wo er sogar er kämpft. Äh. Das sollte ich nicht machen, oder? Ach, ich tue dir. Äh, euch nicht. Ne. Ihr seid... Normal. Ja gut. Eben ein bisschen rumsitzen. Na komm. So. Und weiter. Immer höher. Und höher. So hoch, wie es nur geht. Denn... Wir wollen immer hoch hinaus. Ich hörte, ihr erkundigt euch nach Siebrand. Karam hat etwas herausgefunden, das euch bestimmt interessiert. Ihr solltet ihn suchen, wenn ihr es haben wollt. Okay. Mach ich eben. Herausforderung, Dachrennen. Punkt. Die Frage ist, wo ist dieser Typ? Oh, ich glaube, wenn ich hier lang gehe, dann geht's. Ein Voleur, ein Dieb. Bei diesem Spiel helfen mir sogar meine Französischkenntnisse. Das muss man erstmal... können. Okay. Na komm. Nein, nicht jetzt. Nicht jetzt. Ja, ich hau ja schon ab. Kannst mich auch in Ruhe lassen. So, da ist er. Ja, da ist er. What the fuck? Äh. Gut. Ich glaube, da haben wir Dialog verpasst. Äh. Joa. Warum nicht? Krieg runter. Springen wir einfach gegen den und brechen den Dialog ab. Ist doch auch kein Problem. So erspart man sich wesens, äh. Das Ganze. Ein leicht erheitertes Synchronisieren. Das war schon ein bisschen witzig. So. Einmal. Sprengen. Siegbrand. Sieg. Ach man. Man weiß ja, dass ich das war. Da lag nur einfach eine Leiche rum. Wir können nicht entkommen. Äh. Doch. Das zeige ich doch gerade. Ja komm, jetzt. Bevor er einen Stein wirft. Runter. Runter. Und dann. Auf die Bank. Zum Informanten. Da drüben. Ja gut. Dann lass mich gehen. Haben sie euch hier die Stadt gelassen? Oder habt ihr kämpfen müssen? Ach. Vielleicht sollte ich respektvoller sein. Denn ich brauche nun eure Hilfe. Joa. Ich habe letzte Nacht zu viel Zeit im Hafenbordell verbracht. Und dort die Frau eines teutonischen Ritters beleidigt. So sagt man jedenfalls. Jetzt ist mir eine Gruppe von ihnen auf den Fersen. Könnt ihr mir helfen? Mit eurer Klingel? Kehrt ihr zurück, bevor ich die Stadt verlasse? Werdet ihr von meinem Wissen profitieren? Joa. Gut. Ich kommentiere das mal gar nicht. Lassen wir das Ganze so stehen. Ist das der? Ach ja, Tatsache. Ach nee, nein, nein, nein. Och shit. Er muss bald müde werden. Nein. Es wäre doch nicht müde. Ach nee. Straßensperre. Ich muss doch wenigstens irgendwo ein Versteck finden. Na komm. Bank, 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 bank. Joa, da war ich schnell genug. Ja, ihr findet mich hier wirklich nicht. Ich sitze hier nur auf der Bank neben euch. Das ist nicht unser Fehler. Das ist nicht unser Fehler. Pass auf. So. Informant. Toetonischer Ritter. Ist der Tod? Och nee. Och komm schon. Och nein. Och Menno. Och nö. Och nein. Nein. Da wollte ich doch gar nicht rein. Äh. Was war das denn? What will hell? Och. Was für ein Mist ist das. Bitteschön. 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 Bitteschön.